Mit dem mobilen Klimagerät PAK 2600S kommen Sie nirgendwo ins Schwitzen. Mit einer satten Kühlleistung von 2,6 Kilowatt verfügt er über genügend Reserven auch an extrem heißen Tagen, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Durch die praktischen Transportrollen lässt sich das leichte Klimagerät schnell von Raum zu Raum schieben. Der Abluftschlauch wird dabei einfach in gekippte Fenster oder geöffnete Türen gehängt und leitet dadurch die Wärme nach außen. Der optional erhältliche Airlock 100 sorgt für eine kälteverlustfreie Fensterdurchführung und verhindert zudem das Eindringen von Insekten. Außerdem arbeitet das Klimagerät im Betrieb gleichzeitig als kleiner Entfeuchter und trägt bei großer Schwüle zu einem angenehmen Raumklima bei. Die maximale Entfeuchtungsleistung beträgt 26 Liter pro Tag. Hierbei wird die Feuchtigkeit als Kondensat in einem Sammelbehälter aufgefangen. Der Automatikbetrieb, welcher selbstständig mithilfe des eingebauten Raumthermostats die beiden Ventilatorstufen je nach Lufttemperatur auswählt, funktioniert zuverlässig und sorgt für das richtige Klima. Damit sich die Luft optimal im Raum verteilt, kann die Ausblasrichtung variabel eingestellt werden. Sie können die individuellen Einstellungen entweder direkt am elektrischen Bedientableau Ihren Bedürfnissen entsprechend regeln oder Sie bequem von der Couch aus via Infrarotfernbedienung steuern. Das platzsparende Klimawunder macht durch sein schickes Design überall eine gute Figur und reicht für Räume bis zu 34 Quadratmeter bei normaler Deckenhöhe. Zusätzlichen Komfort bietet außerdem ein 24-Stunden-Timer und der praktische Luftfilter, der zuverlässig Pollen und Staub aus der Luft entfernt. Ein Segen für alle Allergiker. Unser PAK 2600S ist sowohl GS als auch TÜV geprüft und fällt unter die Strom- und kostensparende Energieeffizienzklasse A. Bestes Klima mit Qualität von Trotec.